Send me your love Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Und zwar The Walking Dead Oh yeah Ja ich hab mich lang auf das Spiel hier gefreut Sehr sehr lang, verdammt lang meine lieben Freunde Das könnt ihr mal glauben Denn ich wollte das eigentlich immer schon mal spielen Und immer schon mal Let's Playen Aber das Ding war einfach, dass das immer komplett in Englisch war das Spiel Und ihr wisst ja mein Englisch Ist ja unter aller Sau hier Muss man nicht erwähnen Aber jetzt gibt es das ganze mit German Sub, also mit deutschem Untertitel Und das ist richtig geil Finde ich, jetzt kann ich hier die Story mitverfolgen Und so weiter und so fort Und verstehe auch was die von sich geben Und das ist das Geile dran Und deswegen klicken wir hier einfach auf spielen Für mich komplett blind noch nie gespielt Wie gesagt, weil es immer Englisch war Hier können wir noch Schwierigkeit auswählen Das eine ist minimal Deaktiviere Tipps Hilfestellungen Und Wahlmitteilungen Auf der Benutzeroberfläche Und das ganze ist hier mit mehr Hilfe Von der Benutzeroberfläche Und Feedback bei wichtigen Entscheidungen Also nicht wirklich auf die Schwierigkeit an sich Sondern Aber ich spiele es lieber mal standard Ich kenne das Spiel absolut nicht Und wer weiß Ich habe keine Ahnung wie schwer das ist Ob die Rätsel da Intensiv sind Keine Ahnung Ich habe zwar Beim Hellgaming Mal ab und zu reingeguckt Aber da das Spiel Ja absolut Englisch war Hat es mich nicht so interessiert Ich meine schon Der Aufbau und alles hat mich interessiert Aber ich habe halt Überhaupt nicht gewusst Was die von sich geben Wie gesagt Englisch und so Wisst ihr ja Ich wiederhole mich hier zwar Aber ihr wisst schon was ich meine Und deswegen gehen wir hier mal auf Standard Episode 1 Ein neuer Tag So heißt also Die erste Episode Die wir spielen werden Und ich fange direkt an Die Spielreihe passt sich Den von dir getroffenen Entscheidungen an Ja ja genau Davon habe ich schon mitbekommen The Walking Dead Episode 1 Ein neuer Tag Well I reckon you didn't do it then Ah Wir können hier auch Äh Ja Entscheiden was wir sagen wollen Warum sagst du das Du weißt was man so über die Bla 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 Spielt das wirklich eine Rolle Does it really matter Nah Not much You know I've driven a bunch of fellas down to this prison Lord knows how many Usually it's about now I get the I didn't do it Äh Nicht von mir Not von mir Because guys in your position Already said it enough Zum Beispiel Aha Man kann uns auch Wir können uns auch umschauen Ah gucke mal I followed your case a little bit You being a making boy and all Aha Du hast also eine Meinung You've got an opinion then Wouldn't say that I go in for that innocent till proven guilty thing You were considering who they say you killed I got a nephew up at UGA You teach their law Go number six year You meet your wife in Athens You want to know how I see it Nicht wirklich Naja gut Sei mal mal nett Klar doch Jetzt sagt er aber gar nicht Ah jetzt Äh Scheiß Typ So ein bisschen weit her geholt ne Was er da jetzt gesagt hat No He didn't do it He was an older fella Big soft eyes Behind a pair of smart folk glasses And he just wailing back there Says it wasn't him Crying and snotting all over Right where you sit All officers are available For incoming 2-1-2 Vielleicht war er auch unschuldig. All so ein wahrer Psycho. Pass auf! Was ist das? ARD Text im Auftrag von Funk 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 Hör! Hehehehe Krass, was das Spiel alles so andeuten möchte. Jetzt kurz grad so. Ich dachte auch ehrlich gesagt fast, dass das passieren wird. Ich muss mich je noch an die Steuerung gewöhnen. Ist ja so ein Click and Point... Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Alter Alter, schnell, schnell, schnell Wo ist die fucking Schrotflinte? Hier Alter, lass dir doch nicht fallen, die Kugel, Idiot Oh fuck, oh mein Gott Ich hab verfehlt Kick ihn doch Alter Alter Boah, scheiße Boah, fuck, ist das Spiel krass Ich hab ihn verfehlt, natürlich Ah, Mist Schnell, 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 schnell Jetzt wissen wir ja, wie es geht Das Ziel ist gar nicht mal so einfach, damit der Stick extrem unempfindlich ist, Freunde Oh Gott Oh mein Gott Die Zombies sehen doch verdammt gut aus Ja, das nennt man Zombie, mein Freund Hey, da ist einer Beziehungsweise eine, das war ne Frau Oh mein Gott Ach du heilige Scheiße Ach, hör auf Renn man, renn Oh mein Gott Ohööööööööööö Baaah... Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Vielen Dank.